Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity 5 Ja, ähm... Ich hab lange, lange nicht mehr gespielt und zwar fast eine Woche Ja, sehr lange, ne? Ich hatte aber auch nicht vorzuspielen irgendwie, ich hab Far Cry 3 Blood Dragon gezockt Könnt ihr mal reinschauen, war Und andere Sachen auch, aber... Ja So Sachen, die später auch veröffentlicht werden, aber die ich jetzt noch nicht spoilern möchte Und ich hab mir gedacht, da unsere Stadt irgendwie so voll verkackt crazy ist Und das eigentlich gar nicht mein Ziel war, dass sie so verkackt crazy ist Ach, ne, fuck Erstellen wir jetzt hier eine Stadt Hier, genau Hier Die braucht auch nicht so viel Platz, also so viel Baufläche Äh, denn... Ähm... Ja, denn ich habe davor Prozessuren zu fabrizieren Und das ist eigentlich nur die Industry wichtig Ja, logisch Auf jeden Erstmal schön durch die Stadt Die Bahnlinie Aber finde ich irgendwie ganz lustig Das ist mal was anderes Ohne Witz Voll geil Lass mal hier eine dicke fette Straße lang bauen Ähm... Ähm... Okay, 15.000 weg Jetzt mach ich mal die kleinen Pisswege hier So Moment So Und dann so Und so Da kann er noch eine Brücke runterführen Und vielleicht kann sie es hier auch Komm Ja Ich will die Straße nicht da anbauen Scheiße Ohne Witz Mörlock Da war ein Mörlock Mörlock Okay Vielleicht kennt ihr die Mörlocks ja gar nicht Vielleicht seid ihr Gar nicht Die coolen Kids Okay, seid cool Weil ihr dieses Video gerade schaut Yay Wo zieht ihr eine... Oh, perfekt Perfekt Genau hier wollte ich nämlich gerade Die Industrie hinbauen Ich würde sagen hier Die Schiene trennt es ab Die Industrie Fürs Erste Und dann sehen wir Wie das sonst so läuft Ah ja Moment vielleicht Vielleicht Alter Scheiß drauf Dann war hier Auch so eine Straße Damit es möglichst Synchron Äh Synchron Ist eigentlich schon Möglichst Ähm Symmetrisch ist Ja Möglichst Synchron Auf jeden Nicht schwer Auf jeden Oh, schade Dass wir die Insel Nicht haben Das wär cool Oh, kein Geld I need Dollar 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 Is what I need Hey, hey Ach ja, das ließ Kann Einiges Spuren wir mal ein bisschen vor Vielleicht braucht es vielleicht Wasser und so War Ja 100.000 Ach, locker, Junge Das borg ich mir doch Alter WTF Jetzt schon die Zinsen einbricht Sonst dauerte das doch immer länger mit den Zinsen, oder? Mit den Zinsen Naja Wieso sollte ich mich beschweren? AKW Yeah Was haben wir denn? Ja, ja Erze haben wir ein bisschen Öl vielleicht Kohle haben wir aber Ja, das wusste ich doch Oh, perfekt Einfach nur Perfekt Hier sollte Vielleicht Habe ich mich gerade gewundert Wie ich suchte Alter So, dann kommt hier aber das Wohngebiet weg Oh Der hat sich da so einsam hingebaut Wie geil sieht das denn aus Okay, du bleibst da Du bist mein Ewiger Keine Ahnung Last man standing bist du Last man stand Du bleibst auch da Wenn die Industrie dahin kommt Aber nicht, wenn die Straße dahin kommt Dann musst du leider weichen Oder? Passt das? Das wäre natürlich jetzt zu awesome Wenn er auch noch die Straße hinpassen würde Zu awesome Haha Der wohnt da Ganz einsam und alleine Abgeschnitten vom Rest der Welt Außer der Industrie Ja, ja, ja 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 Nein 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 Komm Dann halt so erstmal Schade So Dann nehme ich hier Und wie wir das jetzt machen werden Ist ein Architektonisches Meisterwerk Tada Ta-da 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 Knicht Ta-da Nicht Ta-da Ja, ja Gleich Alter, wie viel Minus wir machen pro Stunde Geht ja mal gar nicht klar Okay Das liegt dann daran Also Ein bisschen Weiterziehen So Machen wir es halt so Wo war Hat jemand gesagt Dass es hübsch sein muss Oh 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 Leute Vielleicht hier Ich hätte dazu gerne Brücke Schade Schade, 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 Schokolade Damit hier Keine Staus Entstehen Weil sie die ganze Zeit Die oder die Straße nehmen müssen Habe ich mal eine Ausweichstraße Wurde Alter Schon zehn Minuten Die ich hier loslabere Das kommt mir gar nicht so vor Das ist voll krass Scheiße Auf ein paar Läden In der Stadt Sind doch auch gut So Hübsch, bunt Ja Abwasser Bummt es in den Berg Das sind nämlich vier Ja Ich weiß Wir kommen einfach nicht zu den Läden Ja Wieso wohnst du denn auch da? Halt Halt Wemond Wacht Alben Wachter Geol Georges Hohmann Okay Ja Alles locker Alles locker Maka Industrie Wurde sie gebaut Okay Ja Wieso ich gerade meine Zeit stoppe Äh Aus diesem Grund Weil Ich einfach Gleich die Folge schon hochladen muss Na Was heißt gleich in zwei Stunden? Aber ich möchte nicht dass sie wieder zu spät kommt Deswegen möchte ich gleich Ähm Eine 15 Minuten fertig sind Gewendert haben Also gleich kurz Die Aufnahme unterbrechen und rendern Ja Ich will sie aber fluss Kreuz Nennen Hier brauche ich dann Eine school Of rock Oh kennst du den Film das geil School of rock End roll Das ist doch niemals gerade Leute Max bricht doch nicht Kirre Ja dann Unterbreche ich nämlich kurz die Aufnahme Um zu rendern Und danach fange ich gleich Nochmal an Äh Danach nehme ich gleich mehr auf Und ja Ja Danach nehme ich gleich noch mehr auf Und ja 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 da aber im Bahnübergang Ist halt blöd Dass man da warten muss Äh dass da Ampeln gibt So beschränkt wie die alle sind Guckt euch jetzt mal die Umzugswagen an Gleich Oder habt ihr es Ihr habt es gerade gesehen Da Und dann sofort wieder umgedreht hat er Ähm Da Bildung Ähm Ich glaube Es wird Zeit für Hochschule Oder Gymnasium Ich würde sagen Gymnasium Ein Guminasium Perfekt Hier eine Bushaltestelle hin Hier 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 Und Für dich gibt es auch eine Hier hin 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 Und dann noch eine hier hin Schulbushalterstellen Das kennt man hier ja nicht mal In Deutschland In Deutschland Oder vielleicht doch Ich weiß nicht Also generell so Schulbus Haltestellen Schulbusse Klar Aber Haltestellen Und da drauf Junge Oh Jetzt machen wir mal ein Minus Wir wollen Parkes Wir sind nervig Wir sind Ich würde sagen Der Der hübsche kleine Park Daher Okay Das war es auch Dann für diese Folge SimCity Und Ja Wir sehen uns dann In der nächsten Folge Morgen 17 Uhr Auf Wiedersehen. Tschüss.